Wenn wir das nicht machen konnten, weil die Zertifikate nass geworden sind, holen wir jetzt die neuen Mitglieder nach von letztem Jahr und diesem Jahr. Also wundert euch nicht, der eine oder andere ist schon etwas länger dabei, aber jeder neue kriegt von uns ein Zertifikat, mit dem er bei uns in der Zunft aufgenommen wird. Ich bitte jetzt mal nach vorn den Lukas. Außerdem hat er angefangen, die große Linder. Dann will ich dann die Vichy-Fugel sehen und Donald, einen Applaus bitte. Ich hoffe, sie ist hier, die kleine Marie. Nein? Marie! Maria? Na gut, wir machen weiter. Die Sarah-Marie ist neu dazugekommen, eigentlich noch ganz, ganz neu. Ich freue mich, dass es da ist. Dann haben wir letztes Jahr leider nicht willkommen heißen, Prentin Luis. Dann kommt bitte mal die Elisabeth davon. Und nach einer kleinen Linder kommt auch die große Linder. Jetzt bist du ja leider schon mehr als die kleine Linder. Öhmlich. Rolle? Schade, okay. Also wir haben trotzdem jemanden Neues, der leider nicht hier ist. Ich bin ganz besonders froh darüber, dass wir auch im Erwachsenenbereich Nachwuchs bekommen haben. Klingt zwar doos, ist aber so. So, Susanne, kommst du bitte nach vorn? Und nicht nur Susi hat angefangen, auch die Anke ist im Bariton neu dabei. Unsere Bässe kriegen Unterstützung von Ilka. Und unsere Becken haben Unterstützung schon seit letztem Jahr von Thomas. Bitte mal ankommen. Aber wir haben nicht nur ein großes neues Denken, sondern ein ganz kleines, niedliches. Der Pierre, kommt bitte zu mir. Also insgesamt 13 Mann seit letztem Jahr. Ich denke mal, das kann sich sehen lassen. Und alle von unseren Neuen haben in kürzester Zeit ein super Ding hingelegt. Also nochmal, danke an alle. Ist ein super Arbeiten mit euch. Ich hoffe, es bleibt lange, lange, lange so. Ich hoffe, es ist schön. Vielen Dank.